Sport ist für uns in der Wirtschaft sehr, sehr wichtig und auch mit dem Behindertensport ist das ein großer Stellenwert für uns. Die Wirtschaftskammer Österreich ist ein ganz, ganz wichtiger Sponsor, ein treuer Sponsor und dafür ein herzliches Dankeschön. Es sind junge Menschen, die Leistung zeigen, die bereit sind Einsatz zu geben und ich glaube, das sind für uns auch in den Unternehmen drinnen, die besten Rollmodels und es ist uns wichtig, dass wir hier Unterstützungen geben können. Es sind wieder neue Spiele, die Quark werden wieder neu gemischt. Die haben mich sehr, sehr gut vorbereitet. Es ist das erste Mal seit acht Jahren im Gesamtweltcup gewonnen. Wenn ich die Leistung abwurfen kann, wie ich dieses Jahr gefahren bin, schaut es euch gut aus, aber wir haben auch jetzt schon mal in der Olympischen Stille gesehen, es ist so verwendet. Ich freu mich ganz klar drauf, weil Service ist das größte Zufall, als ich meine Sprecher. Wir freuen uns wirklich schon darauf, wie wir dann die Koffe, die Hand nehmen, die Kleidung ist schon gepackt und es dann loskommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.